hallo leute herzlich willkommen wieder bei borderline 2 nach langer pause und wenn ich war mit dem xblended die machen angst mir so ich habe keinen einzigen bekannten freund gefunden welche wollte mit mir weiter mit borderline 2 aufnehmen dann mache ich allein was soll ich muss ein bisschen steuer mich erinnern das ist immer noch zu laut ok dann mache ich so also wenn ich stütte allein ohne die packen habe ich noch zwei waffen oh das war nice doppel kritische schaden ja so was haben wir geld so ja ich bin gespannt wie das werde mit diesem let's play weil ich hoffe ich die musik ist immer zu laut finde ich aber sowas von oder ist bei mir ein kopierer muss ich schauen später ich habe schon geringer dialog habe ich ein bisschen aber wieso ist warte 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 ich muss was schauen ich glaube weil das ist immer noch klar ich weiß nicht wieso egal adab alter ist so dunkel leg mal wow Weg damit, weg mit dem Müll. So. Waren wir den Besieg mit dem Sniper muss man ganz genau zielen, sonst wenn jemand die Headshot zu ziehen. So. Ich ziehe den Let's Play durch bis August. Bis den neuen Let's Play, welchen ich will machen. Und ja. Und ich habe vielleicht überlegt mir, dass ich mache nur die Hauptmission. Keine Mission. Ich weiß nicht, Leute. Ein Hammerjäger? Augenblick, Roland wird mit dir reden. Ich werde ihn per Echo rufen. Ah, du bist also derjenige, von dem man so vielem Hinterhört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir bladdern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erziehen mir das Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrecht zu erhalten, zurückgekehrt ist. Begen Riesner Sanctuary, dann bist du einer der Raiders. Okay, äh, weiß wohl. Wer hat dich kontaktiert? Gut. Hör aus, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. So Leute, äh, was wollt ihr sagen? Ihr sollt mir schreiben im Kommentar, ob das ist gut, dass ich mache nur Hauptmission oder nicht. Weil ich werde sehr erspannt, was ihr dafür mir sagt, weil, ja, ich weiß, dann soll ich die nehmen müssen auch. Leute, ihr spricht Handsome Jack. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser ... also das ... ... braucht. Mit jeder Erschütterung kommt meine Bohrer der Kammer näher. Und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Also Leute, für eure Info, ich habe Borderlands sehr ... Ihr habt schon durch gespielt. Also weißt du, was ist passiert? ... Ich gehe lieber an Prohand. Das ist so ein lustiger für dich. Wow, what? Willst du auch Vega? Dann hast du. Aber das ist bad, das. Geschafft. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Weil ihr müsst ihr diese Hülle ... Ihr macht hier voll konzentriert, dass ich sie nicht verrecke. Mit Shooter. Ach so. Ach so. Ich denke was ... Gibt's hier irgendwo was oder was? Ach so. Ja, hier ist Echo. Ich habe den Bratschatz der Energieklarer abgejagt. Und die Brücke gesprengt. Aber ich will getroffen. Ich esse in dem Merofeel's Hand. AAAAAAAAHHHHH! Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich stecke in Schwierigkeiten. das ist die Situation schon unter Gefreit. Tiendegen, Soldat. Ups. Vielleicht ist das was. Fehler. Okay, ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! So Oh, verdammte Blatschatz, es sind zu viele Wenn mich jemand hört, ich brauche Hilfe Du bist geil, Flassbanner Oh, verdammte Blatschatz, es sind zu viele Oh, das war knapp geil Finde ich geil So, was So, du kleiner Pisser Ja, verdammt endlich Du Pisskopf, hast du meinen Freund getötet? Tötet du, au Du kleiner Pessling Ich hatte die Psycho, sowas von Leute So, mal sehen wir sie Was sagt der an uns? Wo ist der? Ah, da oder? Okay, mach ich Alter, das kann nicht sein Verreck einfach Du Bastard Okay, da finden wir uns Ich finde mir der fucking Psycho Dinger Oh, Gebiet habe ich gefunden Irgendwo gibt es irgendwo Die stehen Oh, nice What the hell Oh, geil Oh, geil Headshot 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 Uh, nice Nein, 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 nein Und ganz langsam und erregend Komm raus So, so, bist du dort Gleich So So Haben wir Kommen noch mehr? Ich denke, wo rumgammeln die Aber das will ich schon sehen Ah, da So Was? Wo? Ja Langsam mussten wir einen Krieg gehen Aber viel So So Kein Muni mehr Heiß Die andere Waffe nehmen und alle abknallen Wo seid ihr? Alter, das ist so Oh Vielleicht du solltest abhauen und du Pace gehen Hier haben wir was Juuu, das wird Alter Das ist so Geil So scheiße Ich mache nicht so viel Schaden, wie ich so wollte Also Von dieser Bloodshots Habe ich fast Besiege ich alle Gleich Äh Ja Toll Und Jetzt Yeee Muni Mehr Muni Gut Was habe ich mir da Ja Zurück zur Stadt Getreffen und start Ja Ja Ach du Scheiße Du Kleiner So Da hast du Oh Scheiße Nein Fuck Jetzt Ich habe gedacht Wir sind schon tot Ich habe gedacht wir sind schon tot Ich habe Ja Ja Verreckt du kleiner Pisser Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ja Ja schon besiegt Ja Haben wir schon Geld Was ich mache jetzt Das ist ganz einfach Ich schaue jetzt auf die Schutzflinte Schlechter Ich schaue immer auf die Also das ist was andere Waffe Die ist schwächer Ja Okay Keine ist gut Geh weiter Boah Meine Ja Ja Ich hoffe Ich bin die Atmen So So Jajuuu Netto Speed Alter Was hat der Fucking Flieger Ja Das ist eine Botschaft an Sanctuary Der Letzten Person Des Widerstands Pandora Wie ihr es kanntet Das Chaos Die Banditen Gibt es nicht mehr Wenn ihr es zulastet Dies eine Ära der Ordnung Sein des Friedens Ergebt euch einfach Und ich verspreche euch Euer Tod wird schnell sein Hat ihr meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich übrigens geholt Roland, bist du das? Ach der Kammerjäger Kommeratsche Rolands Echo Kommunikator ist hin Wir brauchen deine Hilfe Jo Cool So Zoll Ha 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 Lass es nach Banditen-City schaffen Was? Ausgezeichnet Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde Wenn ich das Drecksnest in Schutt und ab Und ich habe mich entschieden Um dir mein Geheimnis später zu verraten Wenn du es verdient hast Ja So Leute Ich werde sagen Das war's Und Verpisset Das war's Und bis Nächste Mal Euer Sax Und Tschüssi Das war's Und Das war's